Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Ori and the Blind Forest. Und zum ersten Tod. Ich habe jetzt gerade nichts gesagt, weil ich nicht wusste genau, was ich überhaupt sagen sollte, denn... Ich bin ja gerade wirklich tierisch am überlegen, was wir denn überhaupt machen müssen. Okay, wartet mal. Kann ich? Nee. Hm. Hm. Kann ich vielleicht... Nein. Kann ich das auch in der Luft? Nee, ich kann das nicht in der Luft nehmen, oder? Nee, das geht nicht. Aber wie? Wartet mal, wenn ich... Ah nee, der springt dann gar nicht mehr da dran. Ist ja auch nicht so pralle. So, wenn ich das hab... Aua. Ja, aber hä, ich komm da nicht hoch. Hä? Ich versteh's nicht. Wie zum Teufel? Komme ich da denn weiter? Oder muss ich da gar nicht weiter? Hm. Was mich gerade stört, da unten geht's irgendwie auch noch weiter nach oben. Kann das sein, dass ich hier noch gar nicht weiter muss, kann? Whatever. Ich hab'ne Idee. Ich hab'ne Idee. Ich hab'ne Idee. Halt. Nein! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Alter, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das kann ja noch haarig werden. So, jetzt gehen wir hier so schön und dann... Das Problem ist, dass wir extrem schnell werden, ja. Ah, warte. Und jetzt kann ich sicherlich so... Nein! Okay, ich weiß, wie's funktioniert. Ist schon mal sehr gut. So, jetzt wieder so. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Au! Och Mann! Diese scheiß Stacheln. Das hätte nicht auch noch sein müssen. Ist schon schwer genug so. Ah Mann! So. Das haben wir. Ja, okay. So geht's auch. So geht's auch. Kann ich auch mit leben. Kartensteinfragment aktivieren. Ah. Gut. Jetzt wissen wir also schon mal... Wo wir hin müssen. Schon mal sehr gut. So, da ist eine Spinne. Nein, ich hab nicht gespe... Ah. Ah. Na gut. Vielleicht kriegen wir es ja ohne Power zu verloren hin. Das war schon mal sehr gut. Jawohl. So, pass auf. Ich setze das hier nochmal ein. Ja gut, das wissen wir ja. Und dann mach ich mal hier so. Aber hier bringt mir das glaube ich noch nichts, wenn ich hier mit lang klaufe. Aber das nehme ich gerne mit. So, pass mal auf. Und jetzt... Also so funktioniert es auf jeden Fall. Oh nein. Oh nein. Oh verdammt. Oh nein. Oh verdammt. So. So. Oh. Ort zum Speichern. Jawohl. Volle Energie, volles Leben. So gefällt mir das. Und jetzt können wir hier schön einfach hochspazieren. spazieren. Lalalala, ich bin ein Wandkrabbler. Das Gute ist, die schießen nur nach unten. Haha, das bringt uns natürlich sehr viel. Oh Gott. Kommt er wieder her? Aua, der trifft uns, verdammt. So, pass mal auf. Hier machen wir jetzt wieder so den. Und dann können wir hier wieder... So, den haben wir. Ach du Scheiße. Ne, hier möchte ich nochmal speichern. Hier möchte ich lieber nochmal speichern. Bevor ich hier jetzt irgendein Risiko eingehe, speichere ich hier nochmal. Okay. So, pass auf. Au. Au. Okay. So klappt es auf jeden Fall. Also so kann es klappen. Aber ich denke, ich sollte mich oben lang schießen. Ach du fucking Scheißdreck, ey. Nein. Knapp. Aua. Halt nochmal töten. Ich will ja mit voller Power durchkommen. Wer weiß, was da oben auf uns... Na, jetzt stirbt doch endlich. Wer weiß, dass es da oben auf uns wartet. Nimmst du das Ding? Hallo. Danke. Wer weiß, wer weiß, was da oben noch auf uns lauert und wartet und machen wird, um uns... Jetzt. So, nochmal warten. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Trifft er uns? Nein. Zum Glück nicht. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Oh, so. Ganz einfach. Okay. Alles klar. Speichern. Ah, warte mal da. Ne, doch nicht. So, erstmal gespeichert. Aber dann... Muss ich sicherlich den hier machen. Oh, Gottes Himmelswöhn. So. Oh, Eureka, ey. Ich... Äh, ich bin... Scheiße. Kann ich ja... Ich kann ja nicht speichern, oder? Fuck. Ne, das muss ich nochmal machen. Ne, hätte ich nicht nochmal... Ich bin so... Ich bin so ein Idiot. So, da bin ich hier. Jetzt warten. Warten. Ah, ich muss dann springen. Ah, okay. Ich weiß, wann ich springen muss. Boah, hier muss man geduldig sein. Ja, hier muss man geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang. Ja, hier muss man geduldig sein. Oh! Nein, 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 nein. Nein, Stachen. Hilfe. So, wir haben, glaube ich, auch das letzte Teil. Jetzt müssten wir vier haben. Jawohl, wir haben vier. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier runter. Aber ganz ehrlich, ich möchte speichern. Bin nämlich der ganzen Maria hier und nicht heut. Hui. Kabumm. Oh Gott. Komme ich da? Da komme ich nach unten. Alles klar. Halt. Das muss ich anders machen. Hier ist nix mit denen. Boah. Alter. Komme ich denn hier hin? Ach, zu dem Ding. Halleluja. So, pass auf. Wir müssen jetzt nach rechts. Das heißt, ich werde die Spinne hier töten. Jawohl. Hier nochmal speichern. Und dann hier die drei Steine, äh, die vier Steine einsetzen. Um das Geistertor wieder zu öffnen. Dann geht's nämlich hier weiter. Hey, Gumon. Nein, geht da besser nicht rein. Er war der Einzige, der überlebt hat. Wahrscheinlich. Der arme Gumon. Oh Mann, und wenn er jetzt die ganzen anderen Gumons sieht. Oh nein, der arme. Das hat er nicht verdient. Das hat er echt nicht verdient. Also das hat er wirklich überhaupt nicht verdient. Was ist das hier? Ah. Oh nein. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was die gebaut haben. Zieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Oh nein, Guman. Oh Mann, der Arme. Familie. Er ist der Letzte seiner Art. Oh Mann, da tut mir viel leid. So, ich denke mal, das kann ich jetzt nicht wieder mitnehmen. Nicht mehr. Das muss da jetzt sicherlich drinne bleiben. Ach du dummes Stück. Etwas. Ja? So, wir müssen hier jetzt weiter. Okay, das bringt nichts da hoch. Oh Mann, ein großer Guman. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe auch, ich hoffe echt, Guman, beziehungsweise Gumo kann uns vergeben. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der Arme. Er hat ja gut geklappt. Er hat ja gut geklappt. Er hat ja gut. Er hat ja gut. Oh Mann. Er hat ja gut geklappt. Er hat ja gut geklappt. Er hat ja gut geklappt. nice so, dann könnte ich ja theoretisch jetzt hier schon in einem nicht sichtbaren Bereich kannst du würd ich mich verarschen da geht's aber auch noch rüber ich würde da gerne noch rüber um zu wissen, was dort ist, ja okay, da kann ich eh noch nix machen ist nämlich noch nicht offen, so wie ich gesehen hab das heißt, ich mache mich jetzt hier erstmal weiter so und dann mache ich mich jetzt hier nach oben boah, ist das schön alter, ist das schön aber gleichzeitig auch es ist schrecklich das Element des Windes liegt vor uns, es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt oh man, Gumo Gumo hört diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist sie erinnern uns an ihr Schicksal Gumo hat jene verloren, die er lebte daher ist er der letzte seiner Ort ebenso wie du Ori, wir müssen das Licht zurückbringen für Nibe und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen dann tun wir mal alles dafür um das Element des Windes wiederherzustellen damit die Gumons nicht umsonst gestorben sind bewegt von ihren Worten dann beschloss er zu handeln Gumo Oh nein Ich muss fliegen Ach du Schander Oh Uiuiui Aua Au 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 Hilfe Au Au Wo bin ich Alter 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 schnell wir müssen fliegen wir müssen sowas von fliegen Schnell wie der Wind müssen wir sein Was wir aber alles andere als sind Komm schon schieß hier ran Oh Gott Komm schon immer weiter nach oben Aua Äh Leute Ich würde sagen das ist was für die nächste Folge Denn das ist schon schwierig Und auch irgendwie sehr sehr cool Und deshalb hebe ich mir das für den Anfang der nächsten Folge auf Und bis dahin haut rein Und vielen Dank fürs Zusehen Macht's gut Freunde